Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum vierten Mal Ausatmen. Ausatmen ist wichtig, weil Kunst heute der Raum ist, in dem wir selber definieren können, wer wir sind. Und nicht nur definiert bekommen, wer wir zu sein haben. Ausatmen ist deshalb wichtig, weil Kunst die Nahrung ist für Inspiration und dafür wirklich kreative Lösungen zu finden für eventuell Konflikte, die wir lösen wollen. Ja, so it's our first time in Munich for the Aultarten Festival. And to be honest, I think it's been a really beautiful, kind of diverse mix of different cultures, different ages. And it's just been really nice to spend some time and sharing a lot of our art. Sitting in a room with people, different backgrounds, different faiths, it really kind of emphasised on the fact that we came together out of love. Yeah. And that was what was created. Love was created. We felt the love in the room, both at the concert and in the workshop. And for us, that is really humbling and we're really grateful to Aultarten for gathering everyone together. And this is what we need in the world. More of these gatherings. Das, was ich jetzt bis jetzt mitbekommen habe, ist, dass es sehr, sehr gut angekommen ist und ich werde hier mit sehr guter Laune weggehen. Ich glaube, dieses Festival, das Aultartenfestival, sollte es nicht nur in München geben, sondern überall in Deutschland. Damit ganz deutlich wird, dass Menschen, die deutschsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, nicht nur Heinz Müller heißen, sondern auch andere Namen haben können. Die Namen sind die schon lange, seit Jahrzehnten in diesem Land leben. Dass man hier Leute mit so einem kreativen Potenzial zusammenbringt, die also über Diversität nicht nur sprechen, sondern die tatsächlich auch leben. Und daraus halt etwas Schöpferisches produzieren und das dann auch zeigen. Also das ist ein ganz, ganz tolles Forum für junge Leute, die Diversität, Vielfalt im deutschen Kontext, aber auch im Außerhalb, glaube ich, teilweise, auf eine ganz neue Art und Weise leben. Und das halt eben sichtbar zu machen und die zusammenzubringen, das ist eine hervorragende Idee. Diese Kooperation mit Ausarten, es ist für uns Schulen, aber auch für die Theater insgesamt ein großer Zugewinn, je mehr wir an interkulturellen Zusatzqualifikationen, interkulturellen Kompetenzen in unsere Institutionen bekommen. Außerdem hat es mir München von einer Seite gezeigt, die ich noch nie gesehen habe. Hier ist ein Platz für Sachen, die es sonst in München meiner Meinung nach als Hauptstädter nie gab. Und jetzt auf einmal sind sie da für mich auf dem Plan. Wir können uns streiten, wir können auch aufeinander zugehen und vor allem können wir aneinander wachsen. Hier ist Familie. Ausarten! Ausatmen! 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 Ausatmen!